Rameda stattet jetzt ihren Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Tonnen Kasten mit einem Anhängebock aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Der Vierloch Anhängebock bietet zahlreiche Möglichkeiten. Einen passenden Kugelkopf für diesen Anhängebock finden Sie ebenfalls in unserem Online-Shop. Die maximale Anhängelast beträgt 2800 Kilogramm bei einem D-Wert von 17,6 Kilo Newton. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 120 Kilogramm ausgelegt. Im Lieferumfang ist eine 13-polige Steckdose enthalten. Das Paket kommt mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz für Ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung ist fest mit dem Rahmen verbunden. Die Blinküberwachung erfolgt über den Datenbus. Eine Abschaltung der Einparkhilfe erfolgt automatisch. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist eine Fahrzeugkodierung notwendig. Ein Anhängebock mit einer Vierlochaufnahme bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Durch verschiedene Flanschkugeln aus dem Zubehör kann die Kugelkopfhöhe individuell gewählt werden. Diese Kupplungsvariante findet man in erster Linie im Transporterbereich wieder. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage-Points in ganz Deutschland liefern.